Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! Ähm, wie ich vorher damals durch die Leute gegangen bin, habe ich auch gesehen, es sind so ein paar, drei, vier Leute da, die in den 80ern auch schon da waren. Drei oder vier. Die können sich vielleicht erinnern, da gab es einen ganz gruseligen Gruselfilm. Der hieß Poltergeist. Mit einem kleinen Jungen und einem kleinen Mädchen mit einem Fernseher, der nie ausging. Und es war ganz gruselig. Diese kleine Geschichte haben wir zum Anlass genommen, sie nochmal erzählen zu wollen. Und das werden wir jetzt hier in diesem nächsten Stück tun. Poltergeist. Auf Wiedersehen. In the dark of the night auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020